Herzlich Willkommen mein Schatz. Wir schicken jetzt erst mal kurz deine kleinen Freunde weg. Wird mal gleich ein bisschen weiß so um dich rum und überhaupt. So, machst du ganz prima. Wir machen schnell. Alles Gute. Achtung kurz. Super, machst du das. Toller Schatz. Andere Seite auch noch. Ruhig mal. Da drüben haben sie schon mitbekommen, dass du da bist. So, noch ein bisschen noch. Machst du ganz toll. Einmal runter bitte. Gut. So, hasi Schnuck. Ja, komm her. Jetzt machst du hier mal kurze kleine Mini-Pause. So. Ich bin gleich wieder bei dir. Dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ganz toll. Bis zum nächsten Mal.